Mr. Iron Beast! Irgendwann komm ich zu dir hoch und dann bekommst du, ne? Jetzt will ich schon von Schläuchen reden, dann bist du auch nass gespritzt. Aber ein bisschen anders als ein Schlauch. Ach komm Gareth, nimm's mit! Das ist Goldbecher! Und das war jetzt wahrscheinlich ein verschwendeter Moose-Pfeil, weil hier niemand mehr ist an Wache. Vielen Dank für Ihre Tendenz hier, und danke für mein Onkel Tyler für mich für die nächste Person, die in der Position der Masterbanker wird, weil er weiß, wie all of you tun, dass ich das beste Job werde, und das in meine Cable Hands. Egal, Gareth wird sowieso dir das Leben zur Hölle machen, indem er jetzt hier ein Diebstahl verursacht und dann bist du... ganz schön wie er gefeuert. Auch wenn du dann der Inhaber bist. Bis Gareth kommt und euch das Ganze zunichte macht, indem er hier euch besteht, so dass eure Kunden nie wieder etwas von bei euch wagern. Wow, das ist denn nämlich eine zweite Mission. Was ist denn nicht hier in Our Clients? Na ja, Gareth ist jetzt auch euer Kunde. Nur er möchte bei euch nichts deponieren, sondern vielmehr abheben. Und zwar alles Mögliche, was er findet. Wieso? Ist so eine Säule einfach mitten im Raum. Diese Punkte an der Decke sehen aus wie Augen. Ich werde beobachtet! Hilfe! Ich könnte wirklich beobachtet werden. Wenn es da oben ein Gitter... Schlüsselloch... Es ist nicht zu furcht auf der anderen Seite eine Alarmanlage. die losgeht, wenn... Okay, seltsame Dinge sind gerade passiert. Ich wollte nur Quick Save machen, bin aber auf eine andere Tasse gekommen, als ich das Spiel minimiert und als ich es wieder maximieren wollte, hatte das Spiel keine Lust mehr, maximiert zu werden. Naja, egal. Oh, gut, dass das Spiel... Ne? Sonst hätte ich das übersehen. Merkwürdige Dinge passieren hier, aber... Was ich meinte... In Thief Gold gab es so ein Level... Wo man einen Alarm auslösen konnte, wenn man ein Schloss mit einem Dietrich knackt. Was ich zum Glück nie getan habe. Ah, ich brauch sogar einen Schlüssel. Du wirst es schon mal nicht! Du auch nicht! SPRINGE ES AUF! Wieso tritt man mir eigentlich eine Miene in der Hand? Haben die diesen Film nicht gesehen? 99 Gold! Juhu! Na, im Wissens haben wir schon über 100 gesamt. Aber das Gap mir nicht sagt, Hey! Ich will in dieser Mission mindestens so und so viel gestohlen haben, weil ich bin ein Meisterlin! Ich bin ein Roboter! Ich bin ein Roboter! Ich bin ein Roboter! Na ja! Ich sollte aber erst mal speichern. Ich speichere nicht, dass sowas wieder passiert. Save early, save often. Zum Glück mache ich so oft Quick Save. Stellt euch einmal ein Spiel vor, wo man keine Quick Saves machen kann! Das wäre ja schrecklich! Weißt du untenrum? Äh! Wie ist das denn passiert? Ist das normal, Rappi? Los Brunnen, streng dich mal ein bisschen an! Spritzt dein Wasser so, dass ein Topf muss nur ausreichen in seinen Kochtopf! Keine Ahnung, Boiler! Wie versetzt man das? Das Ding an seinem Rücken, was glüht! Kocher? So stehst du denn da vorne, hm? Das ist aber ziemlich leichtsinnig von dir da zu stehen. Weißt du das? Nachtschiff wieder, Amart? Du bist der Master Banker oder was? Ja, ich würde lieber das Nachtschiff schauen. Es ist kalt, und ich muss nicht schreien und schreien mit den Kunden. Oh! Wie sie über sie ihren Chef herlässt dann! Kannst du dich mal so umdrehen, dass du mit dem Rücken schrubst? Tschüss! Aber Garret hört euch reden! Falsche Richtung! Komm, mach mal 180 Grad Drehung! Für Chicken! Für Chicken! Ich seh schon ganz wie Marmor! Wieso kann sich Garret nicht einfach mit seinen Moospfallen auf die Füße schießen und dann macht er dauerhaft keinen Lärm mit seinen Schuhen? Wo bin ich gerade da? Habe ich irgendeine Möglichkeit da von hinten? Möchte ich sicher nicht umdrehen, also muss ich bei dir von hinten kommen. Oh Mann... Hier durch... Aber war da nicht das Gitter oder war da das Gitter? Ich könnte auch ziemlich hinlaufen und blendgranate, aber ich möchte gerne das in Notfall-Situationen aufgewandt. Das ist ja keine Unwander, sie haben sowas von gemein und... Ist der jetzt auf mich aufmerksam geworden? Ich habe keine Ahnung, kann mir scheißegal sein. Die Gitter sind sowieso weg. Garret ist eher weg. Ein Bereich, wo ich nicht hin kann. So fällt mir gar nicht. Wischt ihr das? Da kann ich nicht hin... Nicht aus Versehen die Mine werfen, Chicken! Explosionsfässer... Hat zuerst aus wie TNT! Ähm... Ich höre wieder eine Kamera... Wieso hast du nicht aufgeblinkt? Ist eigentlich nichts... Wieso ist da oben so komisch geformt? Ach, das ist die Lobby... Okay... Ähm... Die Aufnahm-Session ist jetzt eh gleich vorbei, in ein paar Minuten... Was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Ah... Der Typ war ja da unten. Wieso der Typ? Die Maschine! Jetzt bin ich also hier wieder. Warte, machen wir das mal von der anderen Seite auf. Stimmt, da war das Ding drin. Macht das irgendwelche bösen Sachen mit mir, Rapi? Gute Frage! Wo gehen wir lang? Wo gehen wir lang? Ich hab keine Ahnung... Ich hab keine Ahnung... Ich hab keine Ahnung... Ich hab keine Ahnung... Nein... Den ganzen Quatsch ein... Das ist wieder ein Buch zum Lesen... Ein Tresor... Warte, Tresor? Ja... Könntet halt für diese besondere Schlüsselerei passen? Naja... Aber ob er das tut... Seht mir dann in der nächsten Aufnahme... Sehr schön... Eine kleine Frau in der Nacht! Wie viele Dinge passieren hier! Naja... Ihr seid gespannt darauf, was auf diesem merkwürdigen... Tonband sage ich mal... Zu hören sein wird, dass Gerrit stehlen möchte! Und da kommt jemand! Ich sollte mich aus dem Weg stellen! So, hier kommt niemand hin! Also bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss!